Es ist nicht gerade Weise, deiner Freundin einfach überall hin zu folgen. Ist ja nicht so, als würde sie Higgs-Einheiten aufspüren. Oder doch? Hey Mädchen, nicht so schnell. Mir nach! Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Die Bearbeitung läuft. Das füge ich sofort hinzu. Wieso muss es ständig Ärger machen? Das Ding kann sie dir im Infotarium anzusehen. Aha, ich bin nicht der Einzige, der dein Haustier nervös macht. Diese Herde Langhälse grast ganz friedlich. Es wäre eine gute Idee, das Gebiet zu erkunden, bevor etwas Schlimmeres als dein Haustier auftaucht. Oh Gott. Das füge ich sofort hinzu. 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 Du kannst nicht wie die Langhälse durch den Tierstrom warten. Deshalb musst du einen anderen Weg finden, von Insel zu Insel zu kommen. Stecken bleiben wäre tödlich. Das füge ich sofort hinzu. Ich denke dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Das füge ich sofort hinzu. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Das füge ich sofort hinzu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Siehst du, wie die Vegetation hier dichter wird? Das ist, weil du dich dem näherst, was man einen Dschungel nennen könnte. Mein Wörterbuch definiert den Dschungel als undurchdringliches Waldgebiet voller menschenfressender Raumtiere. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Leif! 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 Das ist viel zu gefährlich, selbst wenn dort eine Higgs-Einheit ist. Das ist ein Dschungel, da gibt es Monster und so. Bitte, du musst nicht für eine Higgs-Einheit dein Leben riskieren. Bearbeitung läuft. Gut, letzte Chance. Bist du sicher, dass du diese Einheit finden willst, Robin? Scan erforscht. Scan erforscht. Wird bearbeitet. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Verarbeitung läuft. Stab umwandeln. Verarbeitung läuft. Stab umwandeln. Der Dschungel sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Das war Sarkasmus. Zum Glück können sie hier nicht drauf, sonst werdet ihr jetzt schon verspeist. Siehst du? Rapport. Das ist gern erfolgreich. Das war Sarkasmus. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das füge ich sofort hinzu. Gute Idee. Ist vielleicht besser, diese riesige Monsterfabrik zu verlassen. Wir müssen für ein paar Daten wirklich nicht alles riskieren.